Hallo, ich bin Norbert und ich arbeite bei Edelrät in der Entwicklungsabteilung. Ich bin zuständig für Cooking Technologies, das sind die Kocher und das entsprechende Zubehör dazu. Und heute möchte ich euch unseren neuen Hexon Multiführkocher vorstellen. Im Lieferumfang ist neben dem Kocher eine Brennstoffpumpe, die passende Brennstoffflasche mit 0,35 Litern, ein Faltwindschutz aus Aluminium, ein Transportbeutel für den Kocher, sowie ein Werkzeugset und ein paar Ersatzteile. Um den Hexon Multiführkocher mit Benzin oder anderen flüssigen Brennstoffen zu betreiben, benötigt man nun die Flasche und die Pumpe. Zunächst wird die Brennstoffflasche mit dem entsprechenden Brennstoff gefüllt. Geschickt ist hier gereinigtes Benzin oder spezielles Kocherbenzin, um die Rußentwicklung und den Reinigungsaufwand zu minimalisieren. Beachtet werden muss auch die maximale Füllstandsmarkierung an der Flasche. Nun wird die Pumpe in die Flasche eingeschraubt und an die Pumpe das Kocherventil angeschlossen. Hierzu den Standbügel am besten nach oben klappen, sodass das Ventil frei zugänglich ist. Hier wieder sicherstellen, dass das Kocherventil wirklich geschlossen ist und den Standbügel wieder in die waagrechte Position klappen. Nun kann in der Flasche der Betriebsdruck aufgebaut werden. Hierzu sind ungefähr 20 bis 30 Pumpen Hüge nötig. Wenn der Druck aufgebaut ist, merkt man das an dem zunehmenden Widerstand beim Pumpen. Dann ist es ausreichend. Um den Kocher vorzuwärmen, öffnet man nun das Kocherventil. Am besten ist, dass man beobachtet gleichzeitig die Düse am Kocher und wenn man sieht, dass der Brennstoff hier ankommt und raus sprüht, wartet man ungefähr 2-3 Sekunden und schließt das Ventil dann wieder. Nun kann der Brennstoff, der sich am Kocher und an dem Vorheizpad, einem kleinen Keramik-Fliespad befindet, entzündet werden. Wenn sich die Vorheizflammen nach einer gewissen Zeit beruhigt haben und runterbrennen, kann der Kocher dann geöffnet werden. Das dauert ungefähr 30 bis 40 Sekunden. Ja, dann kann man loskommen. Zum Ausschalten des Kocheres im Benzinbetrieb bzw. mit anderen flüssigen Brennstoffen wird zunächst einmal die Pumpe in 180 Grad gedreht. Hier zeigt dann der Stammbüter und die Off-Markierung nach oben. Nach ungefähr 30 Sekunden ist die Kocherleitung dann belüftet und der Kocher geht von selber aus. Nun kann das Ventil geschlossen werden. Um die Flasche wieder vom Kocher zu trennen, ist es notwendig, die Flasche erstmal zu entlüften bzw. belüften, den Druck in der Flasche abzubauen. Hierzu vorsichtig die Pumpe abschrauben. Dies am besten langsam und unterhalb von der Augenhöhe durchführen. Wenn die Flasche jetzt drucklos ist, kann das Kocherventil einfach abgeschraubt werden. Im Betrieb mit Gaskartuschen ist der Hexon sehr unkompliziert und vor allem sauber. Hierzu braucht man Gaskartuschen mit Schraubgewinde. Diese werden einfach an das Ventil angeschlossen. Am besten noch vorher sicherstellen, dass das Ventil wirklich zu ist. Dann die Kartusche anschließen. Und den Kocher entzünden. Dies gilt am besten durch das kleine seitliche Loch in der Brennerglocke. Dann läuft er schon. Die Regelung erfolgt mit dem Ventil. Und zum Abstellen des Kochers einfach das Ventil schließen. Als besonderes Feature lässt sich unser Hexon Multifuel Kocher auch in Stromkochersysteme einbauen. Man braucht dazu als Zubehör noch den Tradapter. Das sind einfach drei kleine Aluminiumteile, die man hier so auffaltet. Anschließend müssen von dem Kocher die Beine abgenommen werden. Hierzu dann die Oberseite ausziehen aus dem Loch und das Drahtbein nach unten aus dem unteren Loch entfernen. Der Kocherkorpus wird nun von unten in den unteren Windschutz der Sturmkochers eingeführt. Passt durch das Loch durch und mit dem Haken des Kadapters wird der Kocher im Windschutz sauber fixiert. Die Haken hängen sich dann unten in die Luftzufuhrlöcher ein. Als letztes noch das Ventil und den Schlauch durch die entsprechende Öffnung durchfädeln. Und schon sind wir fertig für den Betrieb. Anzünden wie gewohnt. Und den oberen Windschutz aufsetzen und verriegeln. Und dann geht es los mit dem Kocher. Um den Hexon Multifuel Kocher zu warten, lässt er sich komplett zerlegen. Hierzu wird das beiliegende Werkzeug benötigt. Die Wartung ist hauptsächlich nötig, wenn durch schlechten Brennstoff die Düse oder die Generatorleitung oberhalb des Brenners verstopft ist. Um an die Düse zu gelangen, wird die Prallplatte an der Oberseite des Brenners mit dem Werkzeug abgehebelt. Und abgenommen. Nun ist die Düse von oben zugänglich. Diese kann mit dem Rohr des Reinigungswerkzeugs geschraubt werden. Um die Brennstoffleitung abzunehmen, wird die Verschraubung zunächst mit dem kleinen Gabeschlüssel am Ende des Leipzeugs gelöst. Und die Leitung dann von Hand abgeschraubt. Im Inneren des Generatorrohres befindet sich eine kleine Stahlitze. Mit dieser kann man das Rohr innen reinigen. Zur weiteren Wartung sind im Ersatzteilset Dichtungsringe für das Pumpenventil enthalten. Sowie ein Öl, um diese Ringe zu schmieren. Weiterhin gibt es eine Ersatzdüse und eine Ersatzdichtung für die Brennstoffpumpe. Dann hoffe ich, dass Ihnen unser kleiner Film einige interessante Details unseres neuen Multifull-Kochers vermitteln konnte. Und wünsche Ihnen viele schöne Touren. Das ist eine Ersatzdüse und eine Ersatzdüse und eine Ersatzdüse und eine Ersatzdüse.